Also, up we go. Ich brauch Geld. Ah, Nase juckt. Okay, er ging der schneller als der... Oh Gott, ach ja, verdammt. Er hat ja noch die kleinen. Ist ja... Hat der Erschaffer von diesem Spiel ein Faible für Leben geboren? A door with an open slot. Dann mach auf. Mhm. Okay. Oh, nice. Hat uns aber... Doch, hat uns ein bisschen was gebracht. Ich dachte gerade. Und war alles scheinbar direkt aufgesammelt. Okay, Sackgasse. Also, fürs Erste. Oh, das ist noch einer. Okay, unten Attacken sind interessant. Oh, okay. Okay, wir sollten den, glaube ich, so schnell wie möglich besiegen, sonst spawnt er die ganze Zeit neu hier. Okay, Kraft. Ach ja, doch noch nicht ganz. Nee, die Klang. Vergesst das. Wieder und wieder. Immer wieder. Immer. Sonst, weil es auch so viele bisher von denen gaben. Oh Gott, noch einer. Aber wir hätten die alle gleichzeitig gebettelt. Da haben wir ein ganz schönes Problem gehabt. Durch die ganzen Ads, die sie spawnen. Nicht mal irgendwas bringen. Okay, ich habe jetzt schon Probleme. Oh shit. Sehr schön. Was war hier? Sind wir hier? Sind wir hierher gekommen? Ja. Ah ja, das war das. Oh nein, jetzt sind bestimmt die Gegner wieder da. Warte. Keine Hand. Oh, was ist das hier? Genau. Dacheln. Oh, noch ein trauriger. Ah, müssen wir die befreien? Und die dann zu dem. Oh, war das der Opa. Oh Gott. Ich komme da glaube ich aber jetzt noch nicht hoch. Oh Mann. Das ist ja traurig. Das ist mir nicht wert. Oh wow. Was ist das? Oh. Oh. Einfach gegen. Oh, und wer hat die? Unsere Reichweite ist höher. Okay. Oh, hört sich das schon wieder nach einer Raupe an. Wo bist du, mein Freund? Ich will dich retten. Hör dich doch. Ich komme hier gleich wieder. What? Oh Gott, ist das dunkel. Ich will hier gar nicht hin. Was? Okay, hier ist ein Tor. Süße Mittel. Ah. Für die Raupe. Ich will sie befreien. Ich gehe mal kurz runter. Vielleicht gibt es sie irgendwo hier. Ich gehe da schon mal nicht. Ich gehe da schon mal nicht. Jetzt höre ich sie auch schon nicht mehr so wirklich. Was haben wir von hier? Haben wir von hier? Von wo kamen wir denn? Ich kann es gar nicht genau sagen. Was war hier? Oh, sieht wieder nach... Oh. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Will ich aber noch nicht. Trotzdem, sehr nice. Kurz speichern. Yay. Das Spiel gefällt mir jetzt schon deutlich. Jede Sekunde mehr. Bisher hatten wir aber noch, Gott sei Dank, keine großen Schwierigkeiten, was Kämpfe und ähnliches angeht. Was ich gut finde. Die Grüße, aber bin gespannt, was noch kommt. Äh. Noch ein Boss? Äh. What? Okay, ich möchte bitte mehr Platz zum Kämpfen haben. Rüber. Oh Gott. Ja, das geht voll klar eigentlich. Solange keine zweite Bossfaser hat hier. Oh nice. Okay, das ging deutlich besser als gedacht. Ich hätte gedacht, jetzt gehen wir voll drauf. Okay, wir gehen aber wieder zurück, weil ich gerne wissen wollen würde, wo diese kleine Raupe ist. Möchte sie befreien? Bitte. Oh, dieses Wein macht mich schon fertig. Steckt vielleicht irgendwo? Ich sehe sie nirgendwo. Oh, das ist das. Muss ja irgendwo sein. Aber wo? Ich weiß auch nicht, was das ist. Also wo kommen wir hier hin? Ich höre Sie, little one. Ich bin hier zu retten, du. Ah. 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 Oh Gott. Yeah. Hallo. Eine gute Tat bebracht. Schön. Freut mich sehr. So. Was ist hier oben? Geld. Bum, 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 bum. Sehr nice. Was haben wir hier? Okay. Oh, ich habe mal so ein Admin oder so. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay. 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 Ist das denn? Ich würde jetzt alleine die Facecam nur dafür anmachen, damit ihr mal lächeln seht. Aber wie cool ist das denn? Der ist ja super sympathisch. Jetzt schon. Okay. Das ist nicht. Das ist nicht. Nicht schön. Oh, Bury my mother, Pagan's light. Bury my father, with his eyes shut tight. Bury my sisters, two by two. And then when you're done, let's bury me too. Buh. 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 Bautiful scene. Was. So, what are you down here for? If you came to get wealthy, I just look around you. These mines are still bursting, where the riches are there. Plenty for everyone. Just grab a peek and join in. Nein. Schauen wir's. Oh, berühmte die Nacht mit ihr geschlossenen Nählen. Berühmte die Pflege etwas über die Krone. Ich kann nicht den Rest daran erinnern. Vielleicht werde ich es einfach machen. Schon ein bisschen verrückt. Oh, guck mal, haben wir gerade einen. Nicht sahen wir so aus, als hätten wir Platz geschaffen. Jetzt machen wir nur die Lücke zwischen den beiden. Oh, was? Was ist das denn? Das sieht saukool aus, das Ding. Bisschen scary, bisschen psychopathisch, aber sonst super sympathisch. Okay, wo geht's hier hin? Mann, das Spiel gefällt mir. Oh Gott, nein, 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 nein. Ah, da habe ich fast gekriegt, ne? Seht einfach nichts. Braucht ihr für eine bestimmte Attacke noch später? Ich weiß es nicht. Adel. Das ist cool. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das ist ein wunderbares Spiel. Muss ich mal sagen. Wirklich. Das ist schön. Hallo, was haben wir? Oh, wieder so einer. Ich kenne euch schon zu genüge, Kollegen. Ich weiß genau, wie ich euch besiegen kann. Da ist eine Raupe. Sei frei, sei frei, bitte. Danke, schön. Freut mich. Nicht schön. Oh, was ist das hier? Das haben wir doch schon... Genau, das ist wahrscheinlich das Ding oben auf der Karte, oder? Bin mir gerade nicht sicher, aber... Ich kenne euch. Ich kenne euch. Hallo, da. Wie schön, da. Wie schön, da. Wie schön, da. Ein anderer Traveller auf diese Forgotten Roads. Du bist ein Short, aber du hast einen starken Look. Ich bin Quirrell. Ich habe etwas wie eine obsession mit Unchartedn Pläsen. Das Ancient Kingdom holds viele fascinating mysteries, und eine der die meisten intrigierenden von ihnen ist vor uns. A great Stone Egg, lying in den Korpsen der Ancient Kingdom. Und dieses Egg... Ist es warm? Es gibt sicherlich eine unendliche Luft. Kann es eröffnet werden? Es gibt auch strange Marken. Ich liebe ein Mysterium. Und wer weiß, was andere Marvels sind? Ich habe es sogar noch mehr. Oder interpretiere ich da zu viel rein? Ich interpretiere da wahrscheinlich zu viel rein. Das ist das Ding aus dem Intro, ne? Das ist das Ding aus dem Intro. Also es ist tatsächlich ein Ei. Ich hatte zwar, glaube ich, Kokon gesagt, aber... Ja, interessant. Können wir aber noch nichts machen. Könnte sein, dass es die Last Stage ist, oder? Weiß ich nicht. Höp. 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 Was gibt es hier unten noch? Nur noch den. Okay. Ist das der Staat wieder? Ja. Okay. Alles klar. Oh, hier ist der Oven. Und jetzt ist es die Zelda, ne? Ah. Bar für nada. Come to buy a map. Have you? It's really my husband you should be dealing with. But what a surprise, he's headed down below. He'll pop back, occasionally, to deliver new maps from the store. For the store. But I do wish he'd spend a little more time up here. I have not much interest in retail myself. Now let's see what's here for me to sell. Wayward Compass. Highly recommended if you're having trouble finding your way in the maze of ruins below us. Try this charm. It will pinpoint your location on your map. Incredibly helpful for finding your bearings in unfamiliar locations. Will. Also ne Fieder. Ehm. Schreibfieder. You'll need this if you want to update your map with new areas you explore. It's essential for anyone serious about mapping. Bench Pin. These pins will mark benches and other rest spots on your map. Useful if you're exhausted and just need to find somewhere to sit. Cocoon Pin. Have you seen those beautiful blue cocoons? I've made these pins so you can keep track of them. The cocoons are pretty but very delicate. Please be careful around them. Bender Pin. Use these pins to mark shopkeepers or any other interesting bugs you find on your travels. Every so often you should pass by and see how they're doing. I'm sure they like that. Stagway. Oh, that's not too interessant yet. These pins will mark any stagway location. The stations. You visited. They must have been very likely places where the stacks still travel through them. Hot Spring Pin. I designed these pins to keep track of the Kingdom's Hot Springs. I haven't visited any myself. I wonder if Conifer might take me some time. I'm sure he'd make better use of these pins to all them. Wollen wir uns den Kompass denn kaufen? Warum nicht? Und vielleicht... Oh. In-Game Achievement. Okay. Interessant. Okay. Machen wir gleich. Will. Los. Wir wollen unsere Map auch updaten. Wir haben kaum noch Geld. Hier ist doch irgendwo ne Bank. Okay. To equip a charm, open the charms menu while resting at a bench. Press. Select. Ah. Was. Dieben paar. Guten Abend. Oh, what a turn. Our shopkeepers come... Home. Our shopkeepers come home. Just wandered back in. I'd hoped for grand tales of this time below. But he seems to remember almost nothing. If it was all too much for him. If you're interested in his wares, watch out. He drives a hard bargain. No competition, that's the problem. It's bad for the market. Not that he's complaining. Sly. Sly. Sly is here, ne? I'd vielleicht dir alles ausgeben müssen. Ah, hello. I knew we'd meet again. How do you like my cozy little store? I've made myself pretty comfortable here selling old trinkets to Tervalus like yourself. If you're planning a trip below, I've several items that may improve your chance of survival. Maskschart? This old thing, merely a fragment of something larger. So maybe you can make some use of it. Sind die Dinger wie Herzcontainer bei Legend of Zelda, beziehungsweise nicht Herzcontainer, sondern Herzteile? Stimmt. A piece of soul vessel. Vessel fragment. You know, those ghastly looking orb things? I don't really like the aura about it, but it's quite rare, so I'll have to charge you a higher price. Simple key. Gathering small. Also, there's an ava den worm. Rinseed egg. Ganziges I. Okay. Machen wir mal. Wir haben sowieso kein Geld für mehr. Wir kommen wieder, wenn wir Geld haben. Schön. Wir haben jetzt noch neun. Shit. Achso, können wir mal gucken. Ah, hier haben wir kein einziges I dran. Hätte ich jetzt gedacht. Vielleicht. Hoch. Falsch. Irgendwo äh, sonst. Ach, guck mal hier oben. Okay, Inventory. Map and Quill. Rancid egg. A fatty rancid egg of an unknown creature amid the powerful stench of decay. Generally not considered edible. Okay. Keine Ahnung, was das für zwei Dinge sind. Wie, 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 wie? Ah ja, wir wollen wieder runter. Wie, wie?